Was bisher geschah, Aragorn und Legolas und Gimlin haben den König der Toten vernichtet, um einen Vertrag mit dem abzuschließen. Ja, wie das halt nun mal funktioniert, wa? So, dass sie in der Schlacht auf seine Unterstützung hoffen können. Des Weiteren sind sie aus einer einstürzenden Höhle entkommen und sind nun auf dem Weg zum nächsten Schlachtfeld. Gaming Night Und jetzt kommt unsere Mission, die haben wir 2324 mal gemacht, weil sie einfach ist und man ganz viele töten kann. Aber es ist geil! Ne, warte mal, das ist kein Aber, das ist... Und, das ist geil. Ja, Fall, Fall, Alter. Ja, Fall. Voll der Fall. Jedenfalls heftige F***er sind wir. Ja, Level 3, Alter. Alter, mein Bogen, der schießt. Und 20 ist ja was. Aber ich kaufe mir, glaube ich, die stärkeren Pfeile. Und du, die ja dein stärkeres Schwert das nächste Mal, oder? Ja, das wäre schon praktisch. Oder wenn es halt einen Kontaktangriff oder so gibt, dann kaufen wir den nicht. Ich gehe hier hin. Ne, warte, ich nehme den. Und du rennst nach vorn. Aber du müsst den näher nehmen. Keine Ahnung. Du musst den hier nehmen. Echt? Jetzt ist schon zu spät. Lauf mal nach vorn. Ne, werf ihn. Ich habe hier ein Stier gefunden. F*** dich! Warte. Da ist ja trotzdem mal so einer. Wann soll ich loslassen? Ich würde sagen, wenn du ihn... Alter, warum habe ich den scheißen in der Hand? Ja, versuch du, den mit deinem Boden zu töten. Ja, Alter, lass den noch in Ruhe. Hier ist ein Megafiss Leine. Ist mir egal. Ich hau den... Oh, s***. Ich bin fast tot. Ich weiß. Können wir mal hier das Chaos klären und dann vielleicht... Okay, ich fange jetzt an zu kämpfen. Alter, die prügeln an hier Windel, Windel, Windel reich. Alter, ich denke mal, Leute. Hau mich. Hau mich. Ich will dir den Konten ausprobieren. Aber das geht doch nur bei einem kleinen, oder? Ja, klar. Aber er geht. Yeah, perfekt. Alter, ich wäre perfekt. Und da kommen zehn Orks und hau mich einfach in die Fresse, dass ich sterbe. Oh, oh. Nein, 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 nein. Ich helfe dir. Oh, ein Tränchen. Geil, wenn du dich getötet hast, hat gerade ein Tränchen ausgespuckt. Wie praktisch. Ja, Alter, du musstest dich ja auch mit einem Riesenviech alleine anlegen. Ah, ja, wollte ich. Das ist doch normal. Ah, jetzt habe ich. Perfekt Modus. So. Hä? Hat hier gerade jemand in die Eier gelegt? Alter, kannst du mir auch mal was liegen lassen für mich? Ja. Alter, f*** dich. Ja, töte das Zeug doch selbst. Ich muss mich vorhin auch selbst versorgen hier. Ja, nur weil du ein B***. Alter. Okay, dann mache ich jetzt eben nichts mehr. Ich stehe einfach hier. Ja, ich auch. Machen wir einfach nichts mehr. Opposition, wir beide. Soll doch die die Schlacht selbst machen. Ja, guck, da ist eins. Ja, ist mir jetzt egal. Wir sollten zusammenspielen. Du, bei dir ist das einfach. Guck, da liegt ein Tränchen. Ja, logisch, du musstest auch nicht zu dem Typen gehen, um ihn platt zu machen. Ich bin immer direkt bei denen. Der nimmt das ja immer automatisch auf, mehr oder weniger. Ja, aber wenn ich nicht so direkt dabei bin, dann habe ich keine... Also wenn ich voll vor denen stehe, habe ich momentan noch keine Chance, weil meine Klingen machen einfach keinen Schaden. Ich habe den gekillt, den fetten. Geil! Problem weniger, dass wir haben. Oh, 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 Kais. Und die laufen einfach nicht vorbei. Klasse. Die sind so verwirrt, die rennen manchmal einfach in den Kreis. Voll k***. Also eigentlich ist es schon ziemlich blöd. Ich meine, wir sind die einzigen Gegner hier. Und die rennen so von A nach B und dann mal dahin. Das ist so dumm programmiert manchmal. Ich sehe mich nicht. Ich mich auch nicht. Ach, ich bin ja da. Ich habe auf dich geguckt. Ich mich auch nicht. Ich bin extra hinter den Pfosten gelaufen, um sagen zu können, ich sehe mich nicht. Und du denkst, du bist der da hinter den Pfosten auf, achsichtig. Ja. Warum hättest du das auch getan? Das macht doch gar keinen Sinn. Warum machst du das überhaupt? Das macht auch keinen Sinn. Das würde dich nerven. Sollen wir mal ins Chaos stürzen, unser Leben? Komm mal näher. Alter, ich kriege auf die Fresse. Komm näher. Okay. Autsch. Ich renne zu dir. Bam. Guck mal, da rennt einer. Jetzt wird es geil. Ein Gemetzel. Hau mich, B***h. Kann ich ja mal bitte jemand hauen. Von den Kleinen. Danke. So. Beim Kontakt ist eben voll direkt in den Perfekt-Modus für die, die es nicht wissen. Aber da kannst du ja einfach... Ja, deshalb soll mich der Kleine... B***h, ist jetzt nicht der, der Kleine. Du meinst den Kleinen, den ich gerade getötet habe? Ja, du bist so eine B***h-geburt. Ey, ich bin vorhin wegen dir gestorben für den Trank da. Wegen mir? Nimm den Trank da. Was machst du denn da? Sollen wir zunächst Barrikade gehen? Ich weiß nicht. Wenn wir schon, ja. Katar-Pult. Alter, ich habe geblockt und das schlägt mich trotzdem. Stier. Ja, cool. Perfekt-Modus. Dann würde ich Freude haben, wenn du mir hilfst. Ach ja, ist das nicht mehr so wichtig. Oh, Trennchen. Da liegt eins an. Du schubst nicht in der Gegend. Dann hast du es geholt oder hat er mich reingeschubst. Alter. Jetzt verp***st euch von... Nein, die B***h. Alter, du kannst keine Sekunde ihn mal nicht angreifen oder nicht blocken, weil permanent eben ein Sch***er herrennt. Ja, warum musst du denn aufhören zu kämpfen? Kämpfe einfach. Ja, wenn ich irgendwo hinlaufen will, weil ich ein Trennchen gesehen habe. Ach so. Oder wenn ich weg vom Bildschirm ran will, weil du so gleich wegschließend so. Da ist ein Trennchen. Wo denn? Alter, siehst du das? Ich wollte loslaufen, da habe ich mich an in die Fresse gehauen. Habe ich es jetzt wieder genommen? Nein, ich habe es genommen. Warum bist du tot? Da ist wieder eins. Glaube ich. Wo denn? Da. Da. Siehst du, jedes Mal, wenn ich mich bewege, werde ich geschlagen. Ich glaube, jetzt einfach hier stehe. Da kannst du bitte auch noch treffen. Danke. Nee, nee, nee. Oh, oh. Oh, da ist noch ein Trennchen. Das Problem ist jedenfalls klein hier. Oh, ich komme nicht hin. Das ist relativ weit weg, das muss ich sagen. Oh, wie sauber du das gelöst hast. Was du meinst, du im Hintergrund stehen und Pfeine schießen und dann, wenn einmal einer da herkommt, zu parieren? Genau. Das ist eigentlich echt perfekt mit Legolas. Mehr musst du da gar nicht machen. Aber jetzt stehe ich eben so nah, dass ich mir auch sehe, was hinter mir ist. Und deswegen kann ich viel Bogen machen müssen, was zu gefährlich ist. Bäm, flitz, kleiner. Gut, dann mach mir die Taktik, du bist jetzt perfekt und kommst in die Mitte von einem Haufen. Von Outer Case. Ja, aber wahrscheinlich bin ich nicht mehr perfekt, bis das Film geht. Nee, aber das haben wir doch immer so gemacht. Das stoppt doch das Game so quasi. Das ist ja noch perfekt, hoffentlich. Nein, das ist so herrlich. Ach nee. Das war eben nicht so. Du kannst eben freischalten, dass der Perfekt-Modus länger bleibt. Oder so. Nein, man kann, glaube ich, machen, dass der nie aufhört. Ja, das kann man auch, aber das ist ein Fehler vom Spiel, wenn der nicht aufhört. Aber du kannst eben die Freischalten, dass eben der Perfekt-Modus länger geht. Der braucht schon Cocktail-Perfekt-Modus. Alter, ich wollte Bogen schießen. Lass mich mal in Ruhe hier. Oh man, nicht schon wieder. Alter. Ich f*** dieses Spiel, ich schieße es. Machst du dasselbe wie ich? Ja. Das ist blöd, dann wäre es nämlich immer mehr. Du hast viel mehr Leben als ich. Okay. Hau dich kaputt. Hau da hinten, ist ein Tränchen, aber ich komm nicht ran. Ich auch nicht. Das ist schlecht. Ah, jetzt hab ich eins gekriegt. Geil. Nochmal eins. Nee, das kannst du haben. Das kann ich nicht haben, ich komm da nicht hinten. Okay, ich probiere dir den Weg freizuhauen. Warte mal. Ich probiere es. Ah, es ist verschwunden. Nein. Alter. Das Sch*** hier ist auch, die tauchen aus dem Nichts auf. Wir stehen mega blöd hinter der Kamera. Ah, ich kann mich keinen Schritt bewegen, weil jederzeit jemand irgendwo herkommen könnte. So, jetzt ist es wieder gut. Da ist einer. Wo? Warum hat es da eingerastet? Guck mal, ich zeig es dir. Oh, da ist einer. Kleiner. Kleine. Okay. Alter, könntest du es bitte treffen? Nein, nein. Meiner läuft immer vorwärts. Ah, du hast ein Tränkchen. Wuhuuuhuuu. Äh, okay. Autsch. Irgendwie werde ich mir müde. Alter, ich bin am ***. Okay. Ich habe keine Pfeile mehr. Das ist der Nachteil an Legolas. Er ist voll gut mit den Pfeilen, aber wenn er keine mehr hat, dann musst du irgendwie gucken, wie du selber bist, ohne Pfeile. Ah, hast ein Tränkchen. Ja, auch. Du hast ein Tränkchen, ja schön. Ja, auch. Ist mir egal. Ich habe mein eigenes Tränkchen. Hier, hier, f*** dich. Oh, er ist tot. So, ich werde mal sagen, jetzt gehen wir da. Wow, Alter. Wow, Alter. Eigentlich könnten wir die auch einfach ignorieren, aber wir machen. Sorry. Yeah, wuuu. Jetzt machen wir das auf schnell, okay? Du meinst auf schnell? Ja, auf schnell, schnell. Einfach hinterher, wenn die anderen... Ja, aber der, der vorrennt. Aber der, der vorrennt, kriegt mehr Schaden wegen den Leuten, die auf dem Bildschirm rauspringen. Ja, wie oft ist das jetzt passiert? Sehen mal. So ein verfickter Lüge. Oh, f***. Okay, so funktioniert das anscheinend auch. Ja, du... Au. Ich sage, die springen immer außerhalb vom Bildschirm einfach... Ja, du willst ja unbedingt immer alle töten. Nee, ich will ja vorankommen, aber ich traue mich nicht an die Sch***. Kante des Bildes ranzulaufen, wenn einmal random Leute aus dem Bildschirm rausspringen. Können wir jetzt weiter, wir haben immer noch gleich... Ja, okay, wir gehen jetzt. Ach du klein. Ja, machst du gut. Hau den. Ah, noch einer. Also, die verfolgen uns. Was machen die denn da? Was machen die denn da? Ich glaube schon. Alter, Lauf, da kommt irgendwie... Ach, das ist die Idee. Ja. Ich komme auch noch hoch, wenn ich dann mal... Hau sie. Das klingt wie ein Name. Hau sie. Ich bin Hau sie. Oh, hoch. So, jetzt kann man von hier auch schon brechen. Ja, kann man. So bist du nach vorne gelaufen, jetzt komme ich auch nach dem U-Kreis gleichzeitig. Na und? Okay. So. Ich bin gesagt, ich mache den Elefanten. Der sind zwar nur als eins, aber du machst die Orks nicht angreifen. Denn ich bin ja der Bogenheini. Und ich bin der Schwertheini. Und wir zusammen sind ja die Bogenheini. Schwertheinis. Alter, was ist da passiert? Nein, 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 was ist? Mach mal Pause. Warte mal. Das läuft eigentlich doch, aber irgendwas ist passiert. Was ist da los? Ich bin glaub tot. Denn es wie briochisch, Mio. Ja, vielleicht hat euch jemand nur einen Stahl zurück. Alter, was ist denn hier los? Wie geht das überhaupt? Da muss ja jemanden am Kabel gerüttelt haben oder so. Also ich glaube, ich kann die Aufnahme mal anhalten. Ja, so jetzt ist Black Screen, aber wir haben das natürlich geschafft. Bravo. Schade, dass ihr das nicht mitgekommen habt hier. No Device Fahnd. Also ich hab mich so, hä, aber wie kann denn das passieren, dass das einfach ein Döten ist?